Moinsen Leute und herzlich willkommen zum Video über Friedrich Nikolais und Gotthold Efraim Lessings Vorstellungen, wie Theater sein soll. Im letzten Video hatten wir uns ja die Vorstellungen von Friedrich Schiller angesehen. Wenn euch die nicht klar sind, schaut es euch einfach noch mal an. Und weil die beiden Texte, um die es heute geht, elend lang sind, fangen wir gleich damit an. Der Verleger Friedrich Nikolai schreibt am 31. August 1756, da war der alte gerade mal 23, an Lessing. Ich setze also den Zweck des Trauerspiels in die Erregung der Leidenschaften und sage, das beste Trauerspiel ist das, welches die Leidenschaften am heftigsten erregt, nicht das, welches geschickt ist, die Leidenschaften zu reinigen. Alter, was ein Deutsch. Aber machen wir uns mal klar, dass das vor guten 350 Jahren war. Damals haben die noch gesagt, welch holter Anblick mein Auge erblickt. Es ist Kevin, der dirne Spross. Heute würden wir sagen, ey Dicker, da ist Kevin, der Hurensohn. Wenn wir uns klar machen, was die einzelnen Worte bedeuten, wird es einfacher. Leidenschaft. Da steckt das Wort Leiden schon drin und genau so ist es auch gemeint. In dieser Zeit ist es voll en vogue, Depressionen zu haben. Man nennt das auch Weltschmerz. Und aus dieser Erscheinung erklärt sich letztlich auch die Einstellung Lessings, aber dazu später. Die Erregung von Leidenschaft heißt also übersetzt das Auslösen oder Verstärken von Trauergefühlen. Dann noch ein zweites Wort, was so gar nicht in den Text zu passen scheint. Geschickt. Das meint im Grunde nichts anderes als geeignet. Wenn wir also den Satz mal ins heutige Deutsch übersetzen, dann steht da, das Trauerspiel hat die Aufgabe, im Zuschauer Depressionen auszulösen. Das beste Trauerspiel ist das, welches die heftigsten Depressionen hervorruft und nicht das, was die Depressionen heilt. Was es mit dem Leidenschaftenreinigen beziehungsweise Depressionenheilen auf sich hat, erfahrt ihr im nächsten Video. Doch weiter mit Nikolai. Auf diesem Zweck suche ich alle Eigenschaften des Trauerspiels zu vereinigen. Das vornehmste Stück ist und bleibt die Handlung, weil dieselbe zur Erregung der Leidenschaft am meisten beiträgt. Die wesentlichen Eigenschaften der Handlung sind Größe, Fortdauer und Einfalt. Nikolai sieht also den Plot des Stückes als wichtigsten Teil an, weil er dazu am besten geeignet ist, Trauer hervorzurufen. Das ist für ihn die Kernabsicht und dazu dienen drei Eigenschaften des Dramas. Größe, Fortdauer und Einfalt. Auch diese drei Begriffe bedürfen eine Erklärung, aber Nikolai hilft uns dabei. Die tragische Größe einer Handlung besteht nicht darin, dass sie von großen oder vornehmen Personen vollbracht wird, sondern darin, dass sie geschickt ist, heftige Leidenschaften zu erregen. Nikolai definiert hier, was er als tragische Größe sieht. Es sind weniger die Figuren, die auftreten, sondern die Handlung selbst, die die Depression auslösen soll. Je heftiger, desto besser. Die Fortdauer einer Handlung besteht darin, dass sie nie durch eine andere Handlung unterbrochen werde. Heißt, ein kontinuierlicher Handlungsstrang muss erkennbar sein, also kein kompliziertes Durcheinander von allen möglichen Einzelgeschichten. Und die Simplizität, dass sie nicht durch Inzidenthandlung so verwickelt werde, dass es Mühe kostet, ihre Anlage einzusehen. Simplizität bedeutet hier, Einfachheit. Kommt von Simpl. Inzident meint zufällig. Die Anlage einsehen, den Aufbau des Stückes, also wie es angelegt ist, nachvollziehen zu können. Nikolai sieht also die Eigenschaften des Trauerspiels in einer durchgängigen Handlung, die kontinuierlich abläuft und nicht durch komplizierte Verwicklungen gestört wird und bei der die Handlung wichtiger ist als die Figuren, die auftreten. Er sieht dies dann als Einheit. Wenn er schreibt, hat sie diese beiden letzteren Eigenschaften, so hat sie zugleich die Eigenschaft, welche die Kunstrichter schon längst unter dem Namen Einheit anbefohlen haben. Die Einheit der Handlung ist durchaus notwendig. Ohne sie können wo Teile, aber niemals das Ganze schön sein. Im Deutschunterricht hattet ihr vielleicht schon die Regel von Einheit der Handlung, Einheit des Ortes und Einheit der Zeit, die besagt, dass jedes Drama eine einheitliche und geschlossene Handlung mit Anfang, Mitte und Schluss besitzen muss, lediglich an einem Ort spielen darf und innerhalb eines angemessenen Zeitraums stattfinden soll. Eine Story, die sowohl in Ägypten als auch in Australien und in Bayern spielt, bei der am Schluss immer noch nicht klar ist, wer jetzt die Tochter geschwängert hat und das nach jahrelangen Ermittlungen ist also ein No-Go. Weiter unten im Brief schreibt Nikolai dann, der Dichter überhaupt ahmet die Natur nach, aber nur insofern sie sinnlich ist. Also ahmet der tragische Dichter die Natur nach, aber nur insofern sie Leidenschaften erregt. Wenn also der Dichter einen Gegenstand auf zweierlei Art vorstellen kann, wozu die eine natürlicher ist, die andere aber mehr Leidenschaften erregt, so hat die Letztere den Vorzug. Übersetzt heißt das dann, dass der Autor eines Theaterstückes grundsätzlich natürlich, also realistisch, schreiben soll. Der Autor eines Trauerspiels ebenfalls, wobei sein Ziel ist, im Zuschauer eine Depression auszulösen. Hat ein Autor die Möglichkeiten, eher realistisch oder eher tragisch zu schreiben, so soll er das Tragische bevorzugen. Wenn ihr jetzt bis hierher durchgehalten habt, werdet ihr merken, dass die Sprache im 18. Jahrhundert euch doch nicht so fremd ist wie euren Eltern der heutige Jugendslang, Digger. Demzufolge ist jetzt die Antwort Lessings auch einfacher zu verstehen, wenn er im November 1856 an Nikolai schreibt, wenn es also wahr ist, dass die ganze Kunst des tragischen Dichters auf die sichere Erregung und Dauer des einzigen Mitleidens geht, so sage ich nunmehr, die Bestimmung der Tragödie ist diese. Sie soll unsere Fähigkeit, Mitleid zu fühlen, erweitern. Sie soll uns nicht bloß lehren, gegen diesen oder jenen unglücklichen Mitleid zu fühlen, sondern sie soll uns weitfühlbar machen, dass uns der Unglückliche zu allen Zeiten und unter allen Gestalten rühren und für sich einnehmen muss. Der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch, zu allen gesellschaftlichen Tugenden, zu allen Arten der Großmut der aufgelegteste. Wer uns also mitleidig macht, der macht uns besser und tugendhafter. Und das Trauerspiel, das jenes tut, tut auch dieses oder es tut jenes und dieses tun zu können. Bitten Sie es dem Aristoteles ab oder widerlegen Sie mich. Wer war Aristoteles? Über Aristoteles erfahren wir eine ganze Menge im nächsten Video. Kernaussage hier ist, dass das Theater die Menschen zu besseren Menschen machen soll, indem es die Fähigkeit, Mitleid zu erregen, ausbildet und verstärkt. Das macht absolut Sinn, denn ein Mensch, der in der Lage ist, Missstände wahrzunehmen und den Willen hat, diese zu ändern, hilft immer mit, die gesellschaftliche Situation zum Besseren für alle zu verändern. Und je sensibler ein Mensch ist, desto größer ist die Bereitschaft zu helfen, sei es, dass man seinem doofen Mitschüler die Hausaufgaben erklärt oder der Oma beim Einkaufen hilft. Aber nicht nur die Hilfsbereitschaft soll gestärkt, sondern auch das Bewusstsein geschärft werden, wie man sich selbst lächerlich machen kann. Auf gleiche Weise verfahre ich mit der Komödie. Sie soll uns zur Fertigkeit verhelfen, alle Arten des Lächerlichen leicht wahrzunehmen. Wer diese Fertigkeit besitzt, wird in seinem Betragen alle Arten des Lächerlichen zu vermeiden suchen und eben dadurch der wohlgezogenste und gesittetste Mensch werden. Und so ist auch die Nützlichkeit der Komödie gerettet. Es stellt sich jetzt die Frage, wie man Menschen ins Theater bekommt, um sie für Elend und Missstände zu sensibilisieren oder ihnen klarzumachen, wie man sich dafür schützt, dass andere einen lächerlich finden. Lessing schreibt hier. Bei der Nutzen des Trauerspiels, sowohl des Lustspiels, ist von dem Vergnügen unzertrennlich, denn die ganze Hälfte des Mitleids und des Lachens ist Vergnügen und es ist von großem Vorteil für den dramatischen Dichter, dass er weder nützlich noch angenehm eines oder das andere sein kann. Mit anderen Worten, Theater soll Vergnügen bereiten. Sei es, dass man in einer Komödie aus dem Lachen nicht mehr herauskommt oder sich einfach super tierisch geil fühlt, weil man sich bei einem Trauerspiel seine Depris mal wieder so richtig aufgepimpt hat. Fassen wir das Ganze in einem Satz zusammen. Theater soll uns Vergnügen machen und uns zu besseren Menschen erziehen, indem es unsere Fähigkeit, Mitleid zu fühlen, genauso fördert wie unser Bewusstsein dafür, wie wir uns am besten blamieren können. Im nächsten Video erfahrt ihr dann was über Aristoteles, der zwar kein Theaterdichter war, aber trotzdem eine ganze Menge toller Beobachtungen über das griechische Theater aufgeschrieben hat. In diesem Sinne macht's gut und bleibt dran!